Ja hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Mein Name ist Marc und in diesem Online-Workshop möchte ich euch zeugen, wie man ein solches selbstfliegendes Auto baut, mit dem ihr dann diesen Sommer ganz entspannt in den Urlaub fliegen könnt. Naja, oder so ähnlich. Wie ihr sicherlich schon erraten habt, soll es heute mal um das Thema Greenscreen gehen. Ich möchte euch da heute einfach eine kleine Einführung bieten. Vorweg sei aber gesagt, das ist eine Thematik, in die man sehr tief einsteigen kann. Einfach weil es ein sehr breites Anwendungsspektrum gibt und weil es auch, je nach Anwendungszweck, verschiedenste alternative Methoden gibt, die dann jeweils besser geeignet sind. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Wir wollen uns heute erstmal einfach nur am Beispiel des Clips vom Anfang angucken, wie man das konkret umsetzt und ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Fangen wir aber erstmal mit den Grundlagen. Was ist überhaupt ein Greenscreen und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Allgemein gesagt verwendet man ein Greenscreen dazu, um den Vordergrund vom Hintergrund zu trennen. Man filmt oder fotografiert also sein Motiv vor einer grünen Fläche und später entfernt man das Ganze dann mit einer Software, um den Hintergrund einfach zu ersetzen. Das Ganze erfolgt mit sogenanntem Keying. Dabei werden bestimmte Farbtöne ausgewählt, die dann quasi aus dem Bild rausgelöscht werden. Und an deren Stelle können wir dann beliebige Dinge einfügen. Ein anderes Video zum Beispiel, eine Grafik oder auch einen News-Huntergrund. Das Ganze funktioniert aber nicht nur mit Grün, sondern eigentlich mit fast jeder anderen Farbe, wie man hier im Hintergrund gerade sieht. Grün hat sich in dem Bereich einfach durchgesetzt, weil das der Farbbereich ist, der am weitesten entfernt ist von unseren Hauttönen. Wenn man in eine Farbe wie zum Beispiel Orange nimmt, die sehr nah an unseren Hautton liegt, passiert genau das, was wir hier in dem Beispiel sehen. Und das möchte man natürlich vermeiden. Außerdem bieten moderne Kameras im Bereich der Grüntöne die höchste Auflösung. Das vereinfacht dann später einfach das Ausschneiden und sorgt für bessere Ergebnisse. Als Greenscreen kann man dabei eigentlich fast alles verwenden, was einen homogenen Farbton hat. Wir verwenden hier einen solchen Roll-Up-Greenscreen. Man kann aber natürlich auch grünen Stoff, eine grüne Wand oder spezielle Fototampete verwenden. Beim Film mit einem Greenscreen sollte man diesen separat ausleuchten, damit auf diesem keine Schatten entstehen. Dabei sollte man darauf achten, den Greenscreen möglichst gleichmäßig auszuleuchten, damit auf dem aufgenommenen Video später ein möglichst homogener Grünton zu sehen ist. Wichtig ist das deshalb, weil wir später so wenig verschiedene Farben wie möglich entfernen wollen, um eine höhere Qualität zu erhalten. Für die Ausleuchtung habe ich mich in meinem Fall für zwei solche Softboxen entschieden, da diese ein relativ weiches und gleichmäßiges Licht abgeben. Man sollte den Greenscreen in der Regel so weit vom Motiv entfernt platzieren wie möglich. In meinem Fall musste ich diesen aber extrem nah ranstellen, da ich sonst den gewünschten Bildbereich nicht hätte abdecken können. Wieso das problematisch ist und welche Probleme sich daraus ergeben, zeige ich euch aber gleich noch. Ja, soweit zum Aufbau. Kommen wir jetzt zum Software-Seitigen-Teil. Ich benutze jetzt hier als Videoschnittprogramm DaVinci Resolve. Falls ihr da irgendein anderes Programm benutzt, findet ihr dazu online auch ganz viele Tutorials. Ich benutze jetzt hier wie gesagt DaVinci Resolve und ich zeige euch jetzt, wie genau ich das gemacht habe. Ich habe jetzt hier zunächst meine beiden Clips. Das ist hier zum einen dieser Clip von mir im Auto, wo ich, das habe ich quasi aufgenommen mit dem Set, was wir gerade schon gesehen haben. Und der andere Clip ist hier die Aufnahme von der Drohne. Das habe ich also quasi mit einer Drohne gefilmt. Und das soll dann das sein, womit ich den Greenscreen, also den Hintergrund, ersetze, damit es dann eben so aussieht, als würde das Auto fliegen. Hier ist ja vielleicht an der Stelle noch erwähnt, dass es zumindest bei Greenscreen-Aufnahmen, wo man ein Video im Hintergrund verwendet, die Hauptschwierigkeit daran liegt, beide Clips, was die Beleuchtungssituation angeht, aufeinander abzustimmen. Das habe ich versucht jetzt hier zu umgehen, indem ich die Clips direkt hintereinander aufgenommen habe und auch an derselben Location, so dass die Beleuchtung ungefähr übereinstimmt. Man wird nachher sehen, das passt nicht ganz 100% perfekt, aber es ist jetzt für die Demonstrationszwecke hier erstmal akzeptabel. Wir nehmen dann diese beiden Clips und ziehen die in unsere Timeline. Wir können jetzt hier erstmal die Audiospuren entfernen, weil da sowieso nichts zu hören ist. Ja, jetzt nehmen wir unsere beiden Clips und ziehen die an den Beginn unserer Timeline. Und jetzt sehen wir, dass die hier untereinander liegen. Dazu muss man jetzt wissen, dass die in zwei verschiedenen Ebenen liegen. Also das, was weiter oben zu sehen ist, liegt im Vordergrund und das, was darunter zu sehen ist, liegt weiter im Hintergrund. Man sieht jetzt hier, die Flächen sind immer noch grün. Die sind also noch nicht transparent und man kann den Hintergrund noch nicht durchsehen. Das heißt, wir müssen jetzt im nächsten Schritt also diese grünen Flächen im Vordergrund auswählen und die transparent machen, damit man die dahinterliegende Ebene sehen kann. Das machen wir, indem wir das Video einmal auswählen und mit dem Cursor hier drüber gehen und dann wechseln wir in Fusion. Und wie das jetzt hier in Fusion funktioniert, ist, dass wir hier quasi ein Tool dazwischen legen, das hier den Clip bearbeitet, den wir hier bei MediaIn als Eingang haben. Und das Ganze wird dann hier bei MediaOut wieder zurück in den Edit-Tab gegeben. Wenn ihr diese Ansicht jetzt hier noch nicht seht, dann geht ihr hier einmal oben auf Effects und dann wählen wir unter Tools Matt aus und jetzt sehen wir hier unsere verschiedenen Key-Optionen. Wir wählen jetzt hier den Delta Key aus und was wir dann eigentlich nur machen müssen ist, wir nehmen diese Pipette und halten die linke Maustaste gedrückt und jetzt seht ihr schon, wenn ich das hier auf das Grün ziehe, verschwindet das schon und wir sehen hier dieses Schachbrettmuster, das bedeutet quasi, dass das transparent wird. Man könnte das auch auf irgendwelche anderen Farben ziehen, aber das ist ja jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, wir packen das dann einfach irgendwo hier hin. Jetzt hat er sich diese Farbe genommen und macht die quasi transparent. Wir sind jetzt aktuell noch im Ansichtsmodus für das Endergebnis, also wir sehen hier quasi, was er am Ende ausgeben würde. Wenn wir jetzt das hier nochmal zurückstellen auf das, was vorher zu sehen war, kann ich nochmal erklären, was ich gerade meinte, was problematisch wird, wenn der Greenscreen zu nah dran steht. Und zwar sehen wir ja jetzt hier unten, dass hier grüne Flächen sind und das liegt einfach daran, dass das Licht, was auf den Greenscreen trifft, reflektiert wird und dann hier, wie man hier sieht und wie man hier sieht, auf unserem Motiv gespiegelt wird. Das Problem, was jetzt dadurch entsteht, ist, wenn wir auf Final Result wieder wechseln, also das Endergebnis, dass wir hier transparente oder teilweise transparentere Flächen kriegen an Bereichen, wo wir das eigentlich gar nicht haben wollen. Wie wir das jetzt beheben können ist, wir gehen hier oben auf Matt. Jetzt haben wir hier einen Regler, mit dem wir quasi den Angriff und das, was wir schützen wollen als Objekt kontrollieren können. Wenn wir jetzt hier mal den Regler ziehen, sehen wir schon was, aber das ist jetzt noch nicht so gut zu sehen, weil das halt noch die Endansicht ist. Wenn wir jetzt hier auf Matt gehen, können wir quasi sehen, das Weiße ist das, was am Ende erhalten bleiben wurde und das Schwarze ist das, was er angreift, also was er rauslöschen würde am Ende. Wir können jetzt quasi diesen Regler so lange verschieben, bis die schwarzen und dunklen Flächen hier verschwinden und können hier auch noch das ein bisschen erhöhen, sodass das, was hier im Fenster ist, was sich spiegelt, dass das da ein bisschen besser ersetzt wird. Ein bisschen können wir natürlich drin lassen, weil wir wollen ja auch, dass man sieht, dass da Glas ist. Wenn wir jetzt hier wieder auf Final Result gehen und hier wieder rein scrollen, dann sehen wir, das ist schon wesentlich besser, da sind jetzt keine transparenten Flächen mehr. Nachdem wir damit fertig sind, können wir wieder zurück wechseln in den Edit-Tab und jetzt sehen wir schon, dass unser Hintergrundvideo jetzt dort ist, wo vorher der Greenscreen war und wir das jetzt quasi sehen wie im Hintergrund. Da die Kamera der Drohne, mit der die Aufnahme des Hintergrunds gemacht wurde, natürlich etwas weitwinkliger ist als die Kamera, mit der ich den Vordergrund aufgenommen habe, können wir das noch korrigieren, indem ich hier etwas die Aufnahme im Hintergrund ranzoome und abschließend könnte man noch überlegen, den Drohnenclip etwas zu beschleunigen, sodass das etwas schneller vonstatten geht. Am Schluss schneiden wir dann noch das überflüssige Stück unseres Clips ab und dann haben wir auch schon unser Endergebnis. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dass euch diese kleine Einführung gefallen hat. Falls ja, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo freuen. Drückt doch gerne die Glocke, um keins unserer Videos mehr zu verpassen und falls ihr noch Fragen und Anregungen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Oder kommt einfach vorbei zum Open Lab Day, jeden Mittwoch von 9 bis 19 Uhr. Bis dahin, tschüss.